Frauen-Bundestrainerin Martina Vosteklenburg hat ihr Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußballbund, DFB, erneut bekräftigt. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, würde ich sehr gerne verlängern, sagte die 54-Jährige im Kicker-Interview. Ein erstes Gespräch, so die 125-malige Nationalspielerin, habe es bereits gegeben, im kommenden Jahr werde man sich erneut zusammensetzen. Vosteklenburg hatte die DFB-Auswahl bei der Europameisterschaft im Sommer in England bis ins Finale geführt, das Endspiel gegen die GastgeberInnen ging nach Verlängerung mit 1 zu 2 verloren. Ihr aktueller Vertrag endet nach der WM 2023 in Australien. Dort trifft das deutsche Team in der Vorrunde auf Kolumbien, Marokko und Südkorea.